Warum schwingt ein altes nach oben? Die Flüssigkeit im Ei, besonders dass die Luftblase größer wird, dadurch schwingt die Eier nach oben. Jedes Ei hat eine Luftblase, mit der Zeit verdunstete Flüssigkeit im Ei und die Luftblase vergrößert sich. Dadurch bekommt das Ei im Wasser auftreten. Ich freue mich, es schwingt oben.